And it's gone to carry on, that is what I live. Die Sängerin der irischen Rockband, the Cranberries, Dolores O'Riordan, ist tot. Sie ist am Montag im Alter von 46 Jahren plötzlich und unerwartet in London verstorben, erklärt ihre Sprecherin Lindsay Holmes. Die Sängerin und Songschreiberin soll sich nur für eine kurze Aufnahme in London aufgehalten haben. The Cranberries, gegründet im Jahr 1989 in Limerick, erlangen in den 90er Jahren Ruhm mit ihrem Debütalbum Everyone Else Is Doing It, So Why Can't We und Hits We Linger und Just My Imagination. Das zweite Album No Need To Argue landet in Deutschland, Frankreich und Australien auf Platz 1 und in den USA auf Platz 6. Die Single Zombie wurde europaweit zum Hit, weltweit wurden 40 Millionen Exemplare des Albums verkauft. Im Jahr 2003 trennen sich The Cranberries. O'Riordan startet eine Solo-Karriere, doch 2009 findet die Band wieder zusammen. Wir hatten alle diese tolle Zeit zusammen, auch wenn wir eine Pause eingelegt haben. Wir haben dann gemeinsam entschieden, dass es toll wäre, wieder zusammenzukommen, weil wir ja auch noch ziemlich jung waren. Im vergangenen Jahr veröffentlichen sie das Album Something Else. Doch aufgrund von Rückenproblemen ihrer Sängerin Dolores O'Riordan mussten sie mehrere Konzerte absagen. Das letzte Mal äußerte sich die Sängerin kurz vor Weihnachten öffentlich auf der Facebook-Seite der Band. Hallo allerseits, Dolores hier. Ich fühle mich gut, ich habe am Wochenende die ersten Auftritte seit Monaten gehabt. Wir haben ein paar Lieder bei einer Weihnachtsfeier in New York gespielt. Ich habe es wirklich genossen. Frohe Weihnachten euch allen. Dolores O'Riordan's Family möchte aktuell in dieser schweren Zeit alleine sein. Die Sängerin hinterlässt drei Kinder, ihren 20-jährigen Sohn Tyler und ihre beiden Töchter Molly und Dakota. My mother, my mother, she hold me, she hold me, she hold me, when I was out there. My father, my father, he lied me, he lied me, does anyone care, does anyone care, does anyone care, does anyone care. Ich weiß nicht, sie